hallo ihr lieben besucher von report24 wie gesagt ihr habt schon gemerkt dass ich längere zeit keine videos hochlade wie gesagt ich bin seit 2017 kein reporter mehr gesagt ende des jahres 2017 habe ich aufgehört in der beschreibung die entscheidung ist gefallen ist der link zu meiner offiziellen homepage da könnt ihr das gerne noch mal nachlesen warum ist halt wofür gesagt ich lasse den kanal noch laufen weil einige anfragen noch kommen hast du mal dieses video kannst du mir das video geben ich lasse es auch laufen wie gesagt zum kauf stehen die videos auch an auch in der beschreibung sind sämtliche links zu meinen seiten oder zu den wichtigsten seiten auch zu meiner offiziellen zu meinem offiziellen youtube kanal gesagt danke für eure treue es war sehr schön wie seid ihr könnt mir ja immer wieder schreiben auch auf meinem offiziellen kanal facebook bei e mail wie gesagt anregung nehme ich immer noch gerne an wünsche ideen auch wie gesagt herzlichen dank euer markus